Wir von Toftet Leben suchen größtenteils unsere Klienten im häuslichen Umfeld auf. So auch Carmen, eine langjährige Klientin, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung eher unsere Gruppen im Haus scheut. Ja, hallo, ich heiße Carmen, ich bin 50 Jahre alt. Ich bin seit 2007 bei Toftet. Hergekommen bin ich durch eine Vergewaltigung, die mich komplett aus dem Leben gerissen hat. Als ich kam für die Unterstützung von Toftet Leben entschied, gab es aufgrund ihrer posttraumatischen Belastungsstörung und der damit einhergehenden Suizidalität einen hohen Betreuungsbedarf. Ich habe mehrere Selbstmordversuche, die Gott sei Dank nicht funktioniert haben. Ich habe in der vierten Etage an der Dachrinne gehangen, die Straße war gesperrt, Polizei, Feuerwerk, Krankenwagen, alles was man sich vorstellen kann. Danach wieder in die Psychiatrie, gefesselt ans Bett für drei Tage. Mittlerweile konnte durch die Unterstützung von Toftet Leben Carmens Leben so weit stabilisiert werden, dass wir heute eher niedrigstellig mit ihr arbeiten. Im Vordergrund stehen immer noch vertrauensvolle Gespräche, die für Carmen sehr wichtig sind und Begleitung bei Amtsgängen sowie das Sichten ihrer Post. Ja, und heute bin ich so weit, dass ich wieder am Leben teilnehmen kann. Toftet unterstützt mich noch in vielen Sachen, die ich heute immer noch nicht hinkriege. Aber ich arbeite daran, ich kann wieder am Leben teilnehmen und das ist wichtig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020